Ja, liebe Freunde, wir haben nun, wie er gesagt hat, mit Tradition gebrochen, doch das sei uns verziehen. Ich meine, das war genauso schön wie der Nachhinein, aber doch kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. In Elstnitz hat sich ja seit der Rente einiges verändert. Ich meine, man sollte mal mit bockenden Augen durch die Stablaufen, die 10 Minuten hat man immer, und sollte sich das mal anschauen. Doch nicht nur in Elstnitz sind 30 Jahre Karneval vorübergegangen, ohne Spur, sondern auch in der gesamten Welt. Und einer, der euch mehr darüber zu berichten weiß, steht da draußen. Wollen wir einlassen? Herr Kammelmeister, einen Einmarsch für unseren Edelton. Wollen wir einlassen? Hallihallo Fans! Good evening, kling auf! Stress, büte und kreativ! Ich hoffe, ihr seid gut drauf! Als Bundesneubürger, was ja jeder jetzt ist, da fühlt man sich endlich wie ein richtiger Tourist. Das heißt, wenn man sich zusammenreißt und tut auch was sparen, na dann kann man eben weiter, als bloß bis Budapest fahren. Und wer die Kohle nie hat, so verkünden, Bild und Welt, na dann hat man sich vielleicht bloß zu blöd angestellt. Bei mir hat's geklappt, weil ich bin ja auch schlau, ist nicht schwer. Man nimmt einfach eine Millionärin zur Frau. Und so beschloss ich also, in die Welten auszugehen, um auch mal was anderes als Elsnitz zu sehen. Meine Reise nach Chile, buchte ich schon bei Zeiten, aber jetzt und dort immer, den kann ich nie leiden. Der Erich ist gar nicht so krank, sagten die Ärzte jetzt aus. Und da soll ich hinfahren, dann baut der dort ne Mauer und ich komm nie mehr raus. Der Benzesplatz in Prag, den ich einst so geschätzt, ist jetzt bloß noch von Dealern und Nutten besetzt. Da fährst du mit neuem Opel aus Deutschland hinaus und kommst, wenn du Pech hast, mit Trebama raus. Und geht die Entwicklung dort weiter so schnell, wird aus dem Radschienen vielleicht noch ein Edelmodell. Und dennoch sag ich's offen und frei hier im Saal, seit ich Elsnitz kenn, gefällt's mir überall. In London ist man konservativ und seriös, hört ich's sagen, aber denkste, dort werden vielleicht Schlammschlachten geschlagen. Und was die Presse dort extra noch macht aus, dagegen sieht Springers Bild ihr Fachbeugern aus. Mit ihren Beschimpfungen und ihren Intrigen lässt die britische Heiße Society sich gegenseitig auffliegen. Und manche in der Zeitung, die eigentlich sehr nobel, wir gesehen haben, wie Lord Henry öffentlich brummelt. Und lauter so'n Scheiß muss man jeden Tag lesen, aber schöner als im Elsnitz ist es trotzdem gewesen. Von Frankreichs Küche hat ich viel Gutes gehört, also bin ich in Paris in ein Bistro eingetehrt. Roten Wein wollte ich dort trinken gegen den Dorscht, aber was gab's in der Mude? Deutsches Bockwurst! Im Moulin Rouge bestellte ich mir ein Nouvelle-Cuisine-Bankett. Da brachten die Pizza, Croissant und Salami-Baguette. Dazu Pilsner Bier und auch Kosten des Hauses. Zur Auswahl zwei Remis und auch zwei Lila-Bouses. Also dazu brauch ich ihn nach Paris erst zu loben, dass von Schmohan Frieder sein Moin im Bistro. Und darauf, Freunde, trinkt man auch mal. Wer es nicht kennt, dem gefällt's überall. In Italien, dem Land der Mafia und Bambini, gibt's tausend Sorten Nudeln. Hinten alle mit Lini. Fast alles ist dreckig, die Sprache ist graun. In Pisa könnt ihr die neuen Domkragen bauen. Dafür klauen sie wieder Raben und haste ein Rendezvous, kommen alle mit. Mama, Papa, 12 Bambini und Bruder Emilio. Geldscheine haben die, wie Landkarten so groß. Blickst du kurz mal zur Uhr, bis sie die Uhr klein ist los. Und als ich im Taxi rief, sprach der zu mir, No, capito, Signore, ich hab gar kein Auto. Und doch wird ich ins Dreckchen Neapel selbst gehen. Denn seit ich Ölstin's kenn, find ich's überall schön. In Spanien, wo wir kurze Zeit mal verbrachten, tun die Bekloppten noch heute die Stiere abschlachten. Dagegen hab ich ja was. Also nack ich meine Dächeln und nur Richtung Asien, wo sie wenigstens lächeln. Über ein Wohnungsproblem können die dort nur lachen. Die brauchen noch keine Wohnung, weil sie nach ihren Überstunden gleich in Betrieb übermachten. Aber wenn in Asien ein Politiker versagt, dann wird's schwierig. Weil dann schämt sich das Volk und begeht Harakiri. Wenn wir hier bei uns die Methode übernehmen, dann wird's der Ölstin's vor lauter Leichen nicht sehen. Darum sag ich euch, Freude, Meckern hat keinen Zweck. Wem's im Ölstin's gefällt, der war noch nie weg. In Griechenland und vor allem in Athen kannst du für viel Geld alte Ruinen ansehen. Wer die Knete nie hat, braucht bloß hierher zu ziehen. Da hat er als Nitz eine ganze Stadt voll Ruin. Nehmen wir doch bloß mal unseren alten Viadukt. Den haben sich doch schon der Römer bei uns abgeguckt. Auch im Ölstin'ser Rathaus sitzen unnütze Kräfte. Auch bei uns gibt's dänische Porno- und Mickey-Maus-Hefte. Und selbst ein New York hat gegen uns keine Chance. Denn mit der Ober- und Hauptstraße haben wir auch unsere eigenen Flans. Darum, Freude, setzt man euch auf dem Brust, auf dem Messer. Die Welt ist okay, aber Ölstin's ist besser. So weit, so gut, also fasst ich zusammen. Es war nie recht von mir, Ölstin's zu verdammen. Denn ist unser Nest auch nicht allzu beliebt. Es gibt nicht auf der Welt, was es in Ölstin's nie gibt. Wir haben Bergbau. Wir haben Pyramiden. Wenn nur bloß zu Weihnachten, aber damit sind wir zufrieden. Tut Berlin uns gar mit ner Waldbühne netten. Mit unserer Höllern-Club-Haus brauchen wir uns wohl hinverstecken. Unser Hegebach ist der sächsische Yang-Zig-Yang. Auch in Oesnitz gibt's Wein, gibt es Wein und Gesang. Und vor allem gibt's seit 30 Jahren den OCV. Und den, den gibt's nur hier. Darum es ist Ölstin's! Ölstin's! Auch unser Ritzschluss, Kai Haugert, ein Dreifach-Norand OCV! Ölstin's! 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 Kappermellmeister, einen Ausgang für unseren Weltenbundler. chat Apropos auf 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 und auf 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 Musik Und die, die es nicht wissen, erlebt jetzt eine Weltpremiere, einen exkrementen Kleckerbissen, einen choreografischen Weltraumflug, denn wir präsentieren euch jetzt die letzten Junker von Welsnitz. Musik Schatze, richtig nahehalten, dann stehen Sie in die letzten Junker. Musik 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 Ja, liebe Freunde des Karnevales, habt ihr euch ganz genau angeschaut in den letzten Jungen vor? Denn auf sie verlangen wir jetzt nochmal ein Dreifachdorn. Und sie Frau? Ja! Recht ist's? Ja! Und sie Frau? Ja! Liebe Freunde, schaut sie euch genau an. Es muss einen lieben Gott geben, denn ein Mensch kann sich solche Proportionen wirklich nicht ausdenken. Nun, liebe Freunde, unsere Junker verabschieden sich von euch jetzt mit einem dreifachen Kopfnicken. Mit einem dreifachen Kopfnicken, ja, ja. Und jetzt nochmal einen Applaus auf die letzten Jungen, warum kommt ein Applaus? Ja, das waren sie.